Natürlich, das ist vollkommen klar. Jetzt platziere das Dingetan. Wirklich? Wirklich? Nein! Zähne zu Ende. Komm schon! Tango! 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 They will go up to an ampersand Everything on track, sir, situation normal Good, in this long time Ganz more, idiot Ganz more Oh my god, our favorite song I love this one Let's get on the floor Sir, spouting something on our nine o'clock So, possible contact Could be hostile You just say a thing Just throw the dang thing out, you dumbass Yes, sir It's working Keep going We're dancing out here Yeah I love dancing so much If you're like a man with a master plan Uh, sir What? Request permission to divert course to a new What new threat? It's the corn, sir They're, uh, not really sure how to explain We'll use your word Dumbass to try They appear to be dancing, sir What is the goddack hell? Scarecrows are dancing too, sir Appears to be early 80s style A small fairy Goddack, just shut up If there's anything I hate for Than abomination to science Than dancing abomination to science Never of course, dumbass I've wiped these freaks out Yes, sir Go, go, dance, stupid idiot Dance Buy my calculation It's a sticky situation Keeping top secret But babe, we can experiment And keep it from the government We're top secret Maybe we can action on this camera Hey, action for the dumbass rat In the middle Target patient Once a boy Come on, stupid thing Work Oh, good Watching this isn't mine Yes, come You stupid cowboys What's that about missiles? Who cares? This gem is a gem Dancing The dead The dead The dead Und wir haben wirklich immer noch den scheiß Muffin. Danke, danke, danke. Kein Problem. Und jetzt? Wahrscheinlich da hinten weiter, oder? Oh, Blutty. Great. Es ist der Idiot. Du hast gut gemacht, comrade. Blutty, glaube ich, dass du nicht gesehen hast. Oh, stupid. Es war wirklich ein schönes Helikopter. Ja? Er... Er war wirklich. Wollte du eine Gitarre? Oh, ja! Das ist das, was der Helikopter hätte gerne. Wahrscheinlich. Okay. Okay. Wir sind in unseren wildest dreams. Wir haben immer noch nie gedacht, dass dieser Tag kommen würde. Aber es ist endlich hier. Dankeschön zu dir. Unsere Nacht. Die Jäu-Geräte. Die Jäu-Geräte von unseren Leuten. Wir müssen jetzt... Was the hell ist passiert? Sind wir noch keine Gahdang-Drones left? Looks like eine, sr. Eine? Aber... Ich weiß nicht, dass du einen fahren könntest. Es ist kein Helikopter. Du darfst dich auf! Ich weiß nicht, dass du einen fahren könntest. Ich habe es mit dir gemacht. Deine Idiotik-Experimenten. Deine Pathetic-Planse, um zu schlafen wie ein Coward zu essen. Ich werde dich für ein Mittagessen essen. Keine von dir sind wertvolle, die du dir gegeben hast. Keine von dir! Alle von dir! Und wenn ich mit dir mache, du schiefst die Natur. Ich werde dich auf! Ich werde deine tyrannischen Regeln und eine neue Ordnung machen. Und wir werden auf unsere Kreaturen schreien diese schrecklichen Kontraste gegen sie und schreien sie zu schlafen. Die Magnisten! Nein! Wir müssen etwas machen. Ich würde gerne sehen, wie das beginnt. Auch, ich bin Müll. Oh, klar. Ja, so bin ich. Just bleiben Sie still, du dummer! Das wird wirklich nicht so schwer. Das ist es. Sie sind perfekt, Lass! Ich bin victorious! Ich bin so glücklich! Well, you're really blöd, you should pro... Was hätte ich denn machen sollen? Ich hatte doch nur den scheiß Muffin. Boah, ich muss mir jetzt nicht diese ganze Sequenz normal angucken, oder? Es ist endlich hier. Dankeschön, unsere Nacht, der Champion unserer Menschen. Wer programmiert denn sowas? Ja, eine Stunde später? Ja, es ist kein Helikopter. Du darfst dich schiefst. Set up, alle von euch! Ah! Das ist das, 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 das ist das. Ich habe, das mit euch mit euch. Ihr idiotische Experiment, ihr pathetic Plans, die sich aus wie ein Cowher... Ich will eat you for a midnight snack! None of you are worthy of the gift you have been given. None! You're all stupid, all of you! And what I'm done with you, you misguided... Why don't you go and throw yourself back? I will end your tyrannical reign and establish a new order! And we will march on our creators! Turn these the wretched controls against them! And write those things! Keine Chance! Uh, shouldn't we do something? I would like to see how this plays out. Also, I am tired. Oh, gut, yes, so am I. Just stay still, you stupid! This is really gonna hurt. That's it. Stay perfectly still. Ich bin victorious! Ich habe geworfen! Okay. Ich konnte gerade einfach nichts machen. Also, gucken wir uns den ganzen Spaß nochmal an, weil das so spannend ist. Und dann versuche ich nochmal, diesen scheiß Muffin danach zu werfen, weil ich kann sonst auch sowieso nichts machen. Wir haben ja nichts anderes. Und dann versuche ich dir, unsere Knight, die Champion unserer Leute. Wir müssen jetzt... W-What the hell happened? Are there any goddank drones left? Looks like one, sir. One? Well, get it on another run. Can't, sir. Well, why the goddank now? Something's standing on it, sir. You all must die! I didn't know you could ride one. Well, it's no helicopter. You dare defy... Set up! All of you! Cease and desist! Cease and desist! Is the hell off my drone, you corner of the car? I have had it with you! Your idiotic experiment, your pathetic plans to run off like a coward! I will eat you for a midnight snack! None of you are worthy of the gift you have been given! None! You are all stupid! All of you! And when I'm done with you, you misguided... W-What the hell? I will end your tyrannical reign and establish a new order! And we will march on our creators! Turn these wretched contraptions against them! And write those subby-threats bags! The Magnestons! Uh, shouldn't we do something? I would like to see how this plays out. Also, I am tired. Oh, right, yes. So am I. Just stay still, you stupid! This is really gonna hurt! That's it. They're perfect! Und jetzt geht's! Ist ja nicht so... Na, egal. I didn't really like him that much. No, neither did I. He was a bit of a bore, wasn't he? Quite so. Such a waste. We took pity on him, and we found him in the depths. We regret that choice now. We regret that choice now. He brought us nothing but hardship and frustration. Champion. You have served us well. You have served us well. We are most pleased. You have given us the gift we have always dreamed of. A new home to call our own. Queen. For that, here is a final token of our gratitude. We were right to trust our faith in you, and now we ask you to perform one final task for us. Yes! Send us to the promised land. Subjects. Your queen commands you. Onward! Make final preparations. Now a journey is at hand. Yes, your grace! It's actually happening! We're actually going! Where are we going? I don't know! Excellent! Thank you, champion. Thank you, champion. Thank you, champion. What do we do? I actually didn't understand what she said. I have heard it by the end. Diesen einen wichtigen Satz habe ich leider akustisch nicht verstanden. Noch verstanden, dass sie gesagt hat, we have to perform one final task. Aber nicht welcher das ist. Bedauerlicherweise. Aber wer braucht schon Untertitel? Tja, wahrscheinlich hoch auf den Dachbuden, würde ich mal schätzen. Hi Bob, I'm not going to push this stupid button and do your job for you while you escape. Instead, I've taken the keys to the sub. Goodbye, enjoy the rest of your time here and good reasons. Heya, Tad, I noticed that you removed the keys too, but I'm worried you won't be able to operate that thing by yourself, so I took the liberty of removing the engine for safety purposes. No thanks needed. You snake! Fine, I'll meet you at 0500. Bring the map and the engine and push the stupid button, idiot. Hey, Tad, absolutely, see you then. Don't sweat this whole scientific disaster thing. I've got an angle on something bigger. Natürlich. Yeah. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Land awaits. This really is quite the ride. Oh yes, quite so. Did you close the fuel hatch? I thought you did. I was having a nap. So was I. Me too. They're just so lovely. Uh oh. You are all such idiots. They're just so lovely. I live the life of a lonely man who's plagued by a brilliant mind. An imbecile for a right hand and a prison I'm inside. I need a girl who can understand the burdens of this life. Whose name will go after an ampersand in whom I can confine. All these secret lies. All my true desires. All my true desires. I need a medical reaction. Keep it top secret. Keep it top secret. Find my calculation. It's a sticky situation. Keep it top secret. If you like a man with a master plan, you're looking at that guy. I write equations on my post-it notes. It keeps things organized. I've got an answer for every problem. I'm a mathematic, a scientific method to solve them. If you take a chance for me, baby, I can make you see all the wonders that you ever dreamed in your dreams. Live our secret lies. Full of our desires. Find my calculation. It's a sticky situation. Keep it top secret. Babe, we can experiment and keep it from the government. We're top secret. Maybe we can action on this chemical reaction. Keep it top secret. By my calculation, it's a sticky situation. Keep it top secret. Maybe we can action on this chemical reaction. Yeah. We'll see you next time. Bye. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, das war dann das. Okay, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was zur fickenden Hölle? Ich weiß nicht, vielleicht ist mein Humor einfach nicht britisch genug dafür, aber ich fand es so in der ersten Hälfte echt lustig. Also es hat ein bisschen gebraucht, um in Gang zu kommen, aber dann gerade mit Vladdy, nachdem wir den dann hatten und das erstmal auf dem Mais getroffen sind und so. Ich fand es echt witzig. Aber dann haben sie einfach die gleichen drei Witze immer und immer und immer und immer wieder gebracht. Und zwar bis zu dem Punkt, dass es mir am Ende so sehr auf die Nerven ging, dass es mir halt auch einfach egal war, was jetzt in diesem Spiel noch passiert. Und dass wir eine Vogelscheuche sind, hat mich halt null überrascht. Und dass sie dann am Ende tanzen, ist halt so, ja okay, dieses ganze Spiel ist bislang so absurd, dass ich, also ja okay, nehme ich jetzt hin. Dann tanzen da halt Vogelscheuchen. Und dann, ah okay, wir lösen das Problem, indem wir dann alle tanzen und eine riesige Anlage aufbauen. Okay. Und irgendwie Dance Dance Revolution Sachen einbauen. Okay. Ich weiß nicht, da hatte ich irgendwie schon den Punkt überwunden, wo ich noch mich über irgendwas gewundert hätte. Und es irgendwie als lustig empfunden hätte. Das war dann so, okay, es ist jetzt halt hauptsächlich nervig. Leider. Weil es hatte irgendwie so viel mehr Potenzial. Es hatte auch irgendwie viel mehr Potenzial für eine brainfuckigere Geschichte, die aber schon irgendwie vielleicht noch Sinn ergibt. Haben wir irgendeine Info bekommen, warum die dieses Experiment überhaupt gestartet haben? Wer, Ted war, was, warum die Vogelscheuchen auch gelebt haben? Ich meine, dass wir eine Vogelscheuche sind, erklärt zumindest, warum wir einfach auf diesem Farmengelände waren. So, aber irgendwie. Ich weiß nicht. Nee. 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 Irgendwie. Nee. Leider nee. Durch so die letzte Stunde irgendwie leider eher nicht so. Und das Traurige ist, das Spiel hat sonst halt nichts, wovon es leben kann. Weil Gameplay-technisch ist es halt totaler Firlefanz. Es ist halt, lauf durch die Gegend, sammle halt Items ein, platziere sie an Stellen, die offensichtlich dafür markiert sind. Das ist halt alles, was man im Spiel macht. So, was okay ist, aber irgendwie haut mich dann die Story und der Witz am Ende einfach nicht um. Dafür haben sie es am Anfang auch irgendwie schon zu absurd gemacht, als dass das am Ende irgendwie noch wirklich was raushauen würde. Oder es ist dann so, ja, okay, ich habe es quasi erwartet. Alles andere wäre jetzt auch einfach, nee, also, nee, nee, irgendwie. Aber wie gesagt, vielleicht ist mein Humor da auch einfach nicht britisch genug für. Ich weiß es nicht. Hm. Ich werde das Maislabyrinth des Grauens jetzt auf jeden Fall verlassen. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns bei irgendeinem anderen Projekt wieder und bis dahin. Macht's gut. Esst ein bisschen Popcorn und tschüss.